Ohne Verluste? Wenn man Heiler weiter heilt, dann ja, wenn er damit aufhört, nicht mehr. Okay, die machen bei mir gerade keinen Schaden. Jetzt würde ich vielleicht mal hier angreifen. So, weg mit denen. Und erneut sammeln, komm. So, jetzt kriege ich meinen Marsch dahin zu dieser Scheißstelle. Was wollt ihr? Die Welt ist nicht genug. Warte mal, wir haben noch eine Karte. Ähm, Karte. Hä? Gute Frage, wie komme ich da hin? Äh, das ist eine verdammt gute Frage. Ich sehe auf der Karte auch keinen wirklichen Weg. Nein, ich schaue einfach, was passiert, wenn ich ihn da hinlaufen lasse. Ich weiß, das ist ein schwerer Fehler. Aber ein richtig schwerer. So, ihr hackt weiter innerhalb der Mauern. So, kann ich noch irgendwas aufrüsten. Außer das, was Holz braucht. Ihr braucht Holz. Gut, dann ziehen die auch bis auf Anschlag. Die brauchen Gold. Kannst du schon mal vergessen. Wir werden angegriffen. Ernsthaft? Nein, das sollte jetzt zu schaffen sein. Es geht tatsächlich nur hier hoch. Ganz toll. Verrückt mal meine Türme. Nicht so, dass ich irgendwie Angst hätte, dass sie tatsächliche Türme zerstören, aber... Das Ding... Warum brennt das Ding? Ach so, weil da einer durchgekommen ist. Gut, dann zieht euch mal da hin zurück. Was wollt ihr? Oh. Jetzt, wo wir über einberufene Soldaten aus diesen vier Städten verfügen, ist es an der Zeit, die Lager der Kimbern und Teutonen ausfindig zu machen. Quintus, den Berichten eurer Späher zufolge lagern die Teutonen im Westen und die Kimbern im Norden, richtig? Ja, Marius. Wir müssen aber auf der Hut sein, da die Barbaren zweifellos nach uns Ausschau halten. Sie kennen das Gelände sehr gut, mein Gebieter. Und das werden sie auch zu ihrem Vorteil nutzen. Ich bin sicher, dass wir hinter jeder Ecke einen Hinterhalt erwarten können. Ich bin der defensiven Kämpfe müde. Es wird Zeit, den Kampf offen zu führen. Wir müssen Theoderich, den Kriegshand der Teutonen, ausfindig machen und vernichten. Bis ein Tod wird die Teutonen-Horde den Mut verlieren und wir können uns um die Kimbern und deren König kümmern. Gut, was ist da unten? Hallo? Das ist alles, was hier ist? Okay. Jetzt kann ich mehr Soldaten. Mehr, mehr Soldaten. Nachdem ich die Typen da unten ja scheinbar eh nicht bekomme, kann ich auch mehr Soldaten ausbilden. Ist ja sonst sowas von Interesse. Nein. So, im Westen. Ich bin ja schon nach Westen geritten in weißer Voraussicht, dass ich da hin muss. Ihr kommt hier gar nicht runter, kann das sein? Nö. Was ist denn hier noch auf dieser... Ich komme nicht mehr hier raus. Oh, vergesst das Holzhacken. Vergesst das Holzhacken. Vergesst das Holzhacken. Ich habe hier was 5000. Gut, die werden alle... Hey, die haben es geschafft, sich mal komplett drum rumzustellen. Ich bin ja fast schon beeindruckt. So, da rüber bitte. Oh, sind noch gar nicht alle da. Nein. Details. Äh, nein, nicht das. Das hier. Das war gleich doppelt. Ne, wartet mal. Das hier gleich doppelt, dann kann ich das auch noch werden. Okay, dann nimmt das. Einmal alles, bitte. Mit einmal alles ohne mit. Und das ohne und mit. Ich hatte ja doch noch irgendwo welche, die ich nur mit Gold aufresten konnte, oder? Nö. Scheinbar auch nicht. Ah, Kaloriebogenschütze. Was ist mit denen mal noch aufrüsten? Was ist das für ein komischer Preis? 29, 39? Komische Werte. Wow, wollen wir sich beschweren, dass es nicht 40 kostet und 30, aber hey. Komisch sind die Werte schon irgendwie. So, was haben wir hier so? Ein Reh. Sammelt euch mal. Da drin, wenn ich mich weiter umgucke. Da drin. Da, auf diesem Fleck, meine ich. Gut, ihr haut mal ab. Ja, dann geht wieder Holz hacken. Wird sich fast lohnen, das zu bevölkern und Bürger da sind. Moment, kann ich Bürger bauen? Ich kann Bürger bauen. Dann würde ich mehr Gold bekommen. Also, jetzt brauche ich nicht sonderlich viel Gold mehr, glaube ich. Oh, da ist der König. Kein Problem. Wir kriegen das in der Kontrolle. Dann greift er mir jetzt erstmal mich an. Und dann hat er keine Chance mehr. So, und schon ist er tot und der ist auch tot. Sehr gut. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. So, ich hatte ja noch irgendwo Kaloriebogen schützen. Die Hälfte meiner Leute steigt schon irgendwo in der Pampa rum. Macht nichts. Sehr gut. Nein, du sollst den heilen. Heil den heilen. Wieso will man sterben? Danke. Ich habe da irgendeinen König getötet, oder? Das war der König. Sag mal, dass das der König war. Das war nicht der König. Sehr toll. Entweder war das nicht der König, oder ich habe nicht genug Leute noch von ihm getötet. Er hat noch zu viele Leute. So, komm. Sammelt euch da mal. Wenn ich nach noch mehr Gegnern suche. Immer gut, nach Gegnern zu suchen. Ich hätte gerne eine 100%-Sicht der Karte. Ich wollte gerne einen Spionagesatelliten. Das Problem ist, kann das der Boss gewesen sein? Ich meine, es kam keine Nachricht, dass ich sie getötet habe. Ist hier denn noch einer? Ich weiß es nicht. So, einen Moment mal. So. Ich glaube auch nicht, dass ich die Mission heute noch fertig bekomme. Äh, was? Was ist jetzt kaputt? Äh, können wir für Ausbildungen sein, sobald sie bereit sind. Ich muss bis da hoch? Ach du Scheiße. Also ich muss wahrscheinlich nicht, aber... Ich nehme erstmal an, dass ich da irgendwie hin muss. Ich meine, viel mehr nach Westen kann ich ja nicht mehr. Da unten komme ich ja eh nicht lang. Ich schaue mal noch mal auf die Karte. Ich schaue mal, das sieht aus wie irgendwas, wo ich hin kann. Wo ist denn das? Das ist hier drüben. Ist das eine gute Idee, da hinzulaufen, wenn meine Armee unterwegs ist? Ach. Was soll schon schief gehen? So. Es sah ja aus, als wenn hier irgendwas gewesen wäre, so technisch. Ein Stück Baum. So. Das sind... Was sind das für Pfeil? Wenn. Das sind Teutonen. Äh. Klingt nicht so, nicht beeindruckt. Ich bin nicht beeindruckt. Beeindruckt mich erstmal, bevor er mit mir kämpft. So. Tötet ihn mal irgendwie. Sehr gut. Tötet ihn mal alle und dann ist auch gut. Sieht jetzt nicht aus, wenn man jemanden tötet. Sieht ihr aus, als wenn ihr ganz oft daneben schmeißt. Scheiß Speer. Ich habe Speerkämpfe ohne Ende. Noch höchlich verletzt, nicht nennenswert. Okay. Alles ist gut. Wir bauen hier weiterhin Gold ab. Ja, hier nicht, weil ihr ein faules Schwein ist. Ich hasse diese Berge. Super, nicht vernünftig raus. Soll denn der Unsinn. Hier ist alles in Ordnung, soweit. Kavallerie, ja, ja. Komm doch mal mit, Jungs. Wir müssen doch mal was ausdiskutieren. So, jetzt könnte ich entweder Pfeil oder Stich. Ich nehme einfach von beiden eins, wie ich sehen kann. Denn das geht, wie ich sehe. Kommt schon hier. Seid mutig und folgt mir. Heilt die mal. So, du heilst halbwegs vernünftig. Okay. Die kommen halbwegs einzeln. Das ist auch gut. So, apropos gut. Ich denke nicht, dass die Kugeln hier eine Rolle spielen werden. Doch, doch. Die werden dich mit Kugeln angreifen und voll überrennen. Wow, wow, wow. Das sind jetzt schon ein wenig mehr. Okay, ich glaube, ich war zu langsam. Also mit dem Dingsbumsbefehl. Reite mal da rüber. Du bitte auch. Scheiß Kanonenfutter. Es wäre jetzt noch schön, wenn ich diesen König da irgendwo mal töten könnte. Oder Kriegser oder was weiß ich. So, ich möchte hier ehrlich gesagt nicht abziehen, weil... Wer weiß, wie das dann endet. Nicht gut wahrscheinlich. Da rüber, das sollst du die ganze Zeit stehen. Wo ist dieser Kriegser hier irgendwo mal? Hallo. Wow, 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 wow. Nur einer? Hm. Hm. Das ist jetzt nicht so toll, dass da nur einer ist. Ja, ja, komm schon. Das wird schon... Jetzt sitzen wir ein wenig wieder eine nennenswerte Gruppe. Also, Moment, so. Eine nennenswerte Gruppe, wenn ich bitten darf. 160. Ihr spinnt doch. Spinnt doch komplett. Komm schon. Wo ist überhaupt euer scheiß König oder Kriegserr oder was auch immer ihr habt? Ja, komm. Tönet die mal. Jetzt den da auch noch und dann ist alles gut. Und ich bringe gleich die nächste Gruppe. So, sammelt euch. Zusammenstellen. Zusammen sind wir stark. Oder zumindest weniger schwach. Wusstet ihr denn schon, dass die Welt nicht genug ist? So... Was war denn das da unten? Das war doch kein... Beweg dich! Bleib dir einfach stehen, glaubst du es. Hm. Ja, das ist immer noch so ein tolles Feld. Das ist ganz toll. Ich kann nicht mehr bauen. Gut. So, sammelt euch wieder zusammen irgendwie. Ich würde die falschen Tasten und jetzt scrollt schon wieder, wie es lustig ist. Sehr gut. So viel Gold habe ich denn hier noch? Naja, komm. Komm, das passt schon so. Ah, bo-b-bom. Wo ist denn da noch mehr? Da war doch noch mehr. Da war doch noch irgendwas anderes. Oh, das war ein Kavaleriebogen-Schützen. Naja, ich weiß. Die Welt ist nicht genug und so, ne? Ist hier unten noch was? Nein. Ich habe doch vorhin schon einen mit Namen getötet. Warum wird das nicht registriert? Weil dir völlig unwichtig ist. Hatte ich da nicht auch einen Turm stehen? Scheinbar nicht. Keine Ahnung. So. Das ist ja stöckel die mal. Kriege ich irgendeine Nachricht? Nein. Mal kurz gucken. Wenn der Verteilungskreis und Quintus... Bla, 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 bla... Hm. Okay. Ich habe keine Ahnung. Das sollte schon anerkannt werden. Was wollt ihr? Die Welt ist nicht genug. Warte mal da hin. Vielleicht steht da ja noch irgendwo ein Typ. Und warte darauf, getötet zu werden. So, das kostet nicht gar so viel. Das kostet doch mehr. Sehr gut. Ist da noch wer? Hallo. Ich suche einen Feldherrn, den ich töten kann. Ich könne mich selbst töten. Hm. Hm. Interessanter Gedanke. Jetzt wird das mal irgendwie gebacken, Big. Nein. Wir kommen es weiterhin nicht hin, sich irgendwie vernünftig aufzustellen. Wo bin ich denn? Ich bin da. Ich bin wichtig. Ich folge einfach mal den Weg. Da oben habe ich ja schon alles mehr oder weniger geräumt. Vielleicht da hinten noch weiter. Ach ja. Die Fernkämpfer sind natürlich wieder ganz hinten. Äh, ganz vorne. Ah ja. Man ist es ja inzwischen gewohnt. Was haben wir hier noch so? Bäume, Straße. Keine Gegner. Königreicher werden fallen. Ich hatte gehofft, wenigstens noch so einen Kriegsherrn zu töten. Aber nö. Das ist gerade nicht. Dann nicht. Dann speichern wir nochmal hier. So. Und dann dahin. Mach's halt mal auf die Hardcore-Variante. Oder warte mal. Ihr geht dahin und du gehst dahin. Entdecke ich vielleicht was. Das ist das, was ich mir fürs nächste Mal merken kann. Ja. Ich werde es mir fürs nächste Mal merken. Fick dich spielen. Fick dich. Ich kann das bevölkern, oder? Ja. Das geht natürlich. Der Bauernhof. Nee. Der geht nicht. Aber dat geht. Was ist das schon wieder für ein Unsinn. Ah, da haben wir ordentlich Kämpfe. Was haben wir da oben noch? Nicht so viel. Auf zum Sieg. Okay. Also da haben wir noch irgendwo Soldaten. Da. Na. Aber hallo. Teutonen. Teutonen Minarett. Das ist ja voll das Brett so. Was haben wir da noch? Da haben wir Kriegshunde. Wohin soll ich gehen? Eure Befehle? Mit ganzem Herzen. Königreiche werden füllen. Hier haben wir noch Pferde. Kann man auch essen. Lasagne. Lecker. Lasagne. Das sind verschissene Wunde. Oder Kriegshunde. Wölfe. Leck mich. Komme ich da auch irgendwie rein? Tatsächlich. Hm. Okay. Hier ist gar nichts. Da ist ein riesiger roter Fleck. Warum nicht? Wohin soll ich gehen? Was sprecht ihr? Uh. Ich habe den Punkt da oben erreicht. In dem nichts ist. Töne Befehle werden fallen. Wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Ich sehe schon. Ich darf eigentlich. Next mal noch richtig viel suchen. Was wollt ihr? Richtig, richtig viel. Macht dieser Turm auch was? Palisaden, ja. Das sind Türme. Die sollten irgendwie... Eure Befehle? Mit ganzem Herzen. Ja, mit Halben wohl kaum. Was wollt ihr? So, was ist denn hier noch? Königreiche werden fallen. Wohin soll ich gehen? Müsste auch irgendwo sein, aber ich finde sie nicht. Hier sind sie nicht. Darunter kann ich... Kann ich darunter? Nee. Doch. Vielleicht. Oder habe ich den schon getötet? Und das wurde einfach nicht angemerkt, weil sie den Tügel gedacht haben, das ist nicht so wichtig. Der Spieler wird schon aufpassen. Ha. Aufpassen. Ich und aufpassen in dem Spiel. Das geht's noch. Jetzt haben wir eine Steinschleude. Da haben wir so ein bisschen Dörfer. Jetzt haben wir noch mehr Dorf. Da reiten wir einfach mal durch. Hm. Was ist denn hier noch so? Nichts. Außer diesen Scheißhütten ist ja nichts. Na, ganz toll. Wart mal. Nee, das ist... Was ist denn hier? Die alte Festung ist gar nicht rangegezeichnet auf der Karte. Oder soll das das? Nee, das ist nicht die alte Festung. Oder alte Vor oder was auch immer. Das ist doch viel zu weit links. Was ist das hier? Steingebäude sind freie. Ich werde hier voller von einer riesen Armee verfolgt. Naja. Wo was ist, werden wir das nächste Mal herausfinden. Wenn wir uns mühselig durch diese Mission arbeiten. Und für heute ist erstmal Schluss. So, wir haben... Nein, wir haben gar nichts. Wir haben keinen Stern. Doch bei der Gesellschaft. Wir sind eine tolle Gesellschaft. Das bringt mir halt gar nichts. Aber hey. Okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, welche Republik Rom ich bin. Ich bin vorwurte ich die, die 204 Einheiten eliminiert hat. 676. Oh, du Scheiße. Was hat denn der alles noch? Hauptsache ich habe mal drei Helden, ne? Hey, hey. Kimbri Ambronus, hm. Fünf? Ich bin in der Epoche fünf. Die sind hier drei und treiben mich trotzdem auf. Leck mich, Spiel. Zeitablauf. Grau sind die Toton. Ach du Scheiße. Kimbri sind... Aber diese ganzen Republik Roms weg. So, also die roten bin ich. Die blauen... Oh, boah. Was haben die hier für... Ach nee, Moment. Das ist die Gesamtbevölkerung. Aha, ganz toll. Richtig geil, möchte ich mal sagen. Und die haben auch Bürger. Warum? Wofür? Egal, Karl. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit der... Römisch... Es mag jetzt meine Meinung sein, aber ich finde, das Hintergrundbild passt hier nicht ganz zur Kampagne. Also es wirkt zumindest so auf mich, als würde es nicht ganz passen. Da schon eher, oder ist es überall das Gleiche? Ja, es ist überall das Gleiche. Okay. Das erklärt, warum ich könnte das nächste Mal auch die Übungsszenarien spielen. Ich bin aber der Meinung, dass es... Moment, drei... Ach nee, es sind wieder acht. Habe ich mir vorhin verzählt. Ja, es sind doch nur acht. Okay, dann vergesst es. Egal, Karl. Das war's für heute mit Empire Earth. Zeit oder Deroberung? Da geht's ja auch beim nächsten Mal weiter. Ich sage, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.